nicht dass ich aufwändig da hinten was von hier noch angeschossen tschüss jungs alter schwede unerlaubt ist betreten tschüss ich stelle nichts mit zu tun tschüss oh wie geil jetzt kann ich mir nicht mal das Motorrad klicken kann ich mir ein Auto klauen hier auch nicht naja egal auf jeden fall hab ich das verstanden mit dem glashaus aber genau warum und keine ahnung warum weiß ich immer noch nicht komm fahr hier runter ich wollt glaub auch noch mal auf den jahrmarkt gehen der war ganz geil beziehungsweise ganz witzig wohin denn wohin denn hä ah geil mindestlohn shirt haha wie geil Paket Motiv So ein Outfit finde ich voll lustig. Das nächste ist irgendwo dahinten. Abkürzung hier durch. Sorry. Irgendwo. Hi Jungs. Da, hier ist er. Boah, ihr wisst nicht meinen Namen. Letzte Liefung voll in die andere Richtung wieder. Aber der Penner lacht mich immer aus, ey. Ich weiß nicht warum. So können wir das auf jeden Fall besser ausgleichen hier. Ah. Nein. Komm schon. Ist doch nicht dein Ernst. Äh, da. Hier gibt's Mampfi, Mampfi. Ein Freund in need is a friend indeed, friend. Bitteschön. Geil, 25 Dollar und hast du ne scheiß Kleidung an. Ich liebe den Job. Runter kann er damit. Aber hoch. Warum? Warum nicht? Ich liebe Aquaberry. Ich liebe Aquaberry. Okay, das machen wir auch noch. Oder? Sperrstunde? Hätte ich mir fast denken können. Wisst ihr was? Scheiß ich drauf. Ah ne, ich kann nichts machen. Sehe ich gerade. Daaaah. Ciao. Ja, ich war jetzt Sperrstunde und ich hab kaum Leben noch, ey. Jungs, mach mal irgendeinen Unsinn, damit ich hier vorbei kann. Danke. Ich weiß nicht, warum die dahinter nicht herspringen. Auch ein Rätsel. Must the fool, must the fool. Und ich muss ja mal hier. Ist doch ein Outfit. Rotes Ninja, Nussknacker. Rote Ninja. Elf. Oh, Elfenoutfit. Sexy in deinem Out. Sexy in deinem Out. Eigenes Outfit. Warte mal. Nussknacker. Rentiergeweih. Yay. Hier sitzt mit Genieperücke. Eiffelturmhut. Gasmaske. Will ich eigentlich nix haben. Dein Oberkörper. Hier. Ist das die hier? Die Lallomanjacke? Ja, und Füße. Genau. Das, das. Das und das. Und dann kann ich jetzt mal gucken, eigenes Outfit. Genau, annehmen. So wollte ich das haben. So wollte ich es doch haben. Mach Heier und dann hast du wieder volles Leben. So. Next time. Next time I see you. Ach, ich mach lieber Unterricht bevor ich schwänzen gehe. Ach, komm halt's Maul. Alles ziemlich verdeckt, ja. Das Greaser-Bereich. Ich warte zu lange. Ich kann nix anders machen. Ich kann nix anders machen. Ich kann nix anders machen. Von sieben, beziehungsweise acht bis neune kann ich warten. Und von elf oder zwölf Uhr bis ein Uhr kann ich warten. Das ist geschrecklich der Unterricht. Das so warten muss. Das ist so sehr undklar. Kannst du hier so ne First, so ne First, so ne First ... Ja so ne First an sich nehmen, ist echt ganz, ganz chillig. Nöö. Nein, ich will keine Blumengege geben. Ich will dich nicht küsseln. Ich habe noch genug hier. So, Unterricht. Arbeitslehre? Arbeitslehre. Scheint nur Arbeitslehre zu sein. Kann ich mir nichts anderes vorstellen. Und dann hätte ich auch wieder irgendwas mit dem Fahrrad. Ein neues Fahrrad. Wäre natürlich geil. Oder mehr Fahrräder da reinzustellen. Auch geklaute. Hätte ich ja gar kein Problem mit. Ich habe auch zu viel Kohle. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Arbeitslehre 2. Maus in meiner höheren Position. Heute fragt er nicht, warum er am Fahrrad arbeiten muss. So. Ist klar, ich mache mich bereit. Oh, ich stehe lieber. Wie groß muss ich denn den Radius dafür machen? Versuch's nochmal. Und los. Okay. Äh, war doch A, du Vogel. Öl. I guess you're not useless. I guess you're not useless. I guess you're not useless. Der ist der Öl. Good work, Hopkins. S. Und nun? Alright, you're getting somewhere now. You have some real skill there, son. I guess you're not useless. Ah, jetzt sind ihre 2 auch geknackt. Dann gibts. Neues BMX. Fett. Fett, fett, fett. Das sieht ein bisschen besser aus als das alte da. Ja, sch... Uhhh. Schlag mich doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ein Stück näher. Ah, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. So, wie viele Fahrräder stehen da jetzt drinnen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Eins. Naja, besser als gar keins. So, jetzt können wir wieder eine Stunde warten hier. Hi. Hey. Wow, are those real? Can I check? What's going on? Just a little something. Ah, I'm really touched. Hey. If you kiss once a day, you're even better up close. Yeah. Der hat's auf jeden Fall drauf. So, kann man den hier treten ja? Bats. Guck mal, kann normal. Nam 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 nam. Warum kann er die nicht an der Hand nehmen? Weiß keiner warum. Kann man hier nicht so? Komm, wir gehen jetzt Händchen Händchen. Will sie nicht. Können wir noch mal hier unten reinsteigen? Oh geil, Employers only. Mäh, mäh. Mäh, 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 mäh. Mäh, mäh. Mäh, mäh. Nein, mach keinen Unsinn. Mäh, mäh. Haha. Ah, jetzt kann der Unterricht hier drin sein, ne? Ja. Erdkunde, Englisch, Fotografie. Oh, Fotografie. Es kann nur Fotografie sein. Arbeitslehre und Fotografie. Ja. Ich glaub nicht, dass es Kunst ist. Fotografie 3, du kriegst du ein Haus. Warum diesen Unterricht eingeführt? Fotografiere die Landstreiche oder Hunde. Äh, machen wir doch mal. Platz. Oh. Ey, manchmal versteh ich diesen Sinn nicht von den Leuten. Die sind härter als Stahl hier oder was. So, schaff ich das wohl? Ich hoffe mal. Komm schon. Hallo. Hm.